Musik 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 Hi Leute, heute zeige ich euch, was ich mit meiner alten Yamaha so an Höchstgeschwindigkeiten erreicht habe. Ich will mich nur gleich vorab entschuldigen, da ich in ein paar Aufnahmen ohne Handschuhe gefahren bin und das war ziemlich leichtsinnig von mir und das solltet ihr nicht unbedingt nachmachen. Tragt einfach Handschuhe, egal wie warm es ist, wenn euch eure Hände wichtig sind und ihr die halbe Hand nicht am Asphalt liegen lassen wollt. Und nun viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Musik In der folgenden Szene habe ich ohne jegliche Tuningmaßnahmen Vmax 138 kmh erreicht. Nur der Radical Racing als Sportauspuff war derzeit montiert gewesen. Sobald die Straße etwas frei war und leicht Backup verlief, habe ich meist ziemlich schnell diese Geschwindigkeit erreicht. Mehr ging dann aber auch nicht, da ich dann in den Begrenzer kam und die Maschine mich dann leicht abgebremst hat. Um schneller fahren zu können, wäre dann eine andere Übersetzung nötig gewesen. Jedoch würde die Beschleunigung dann darunter leiden, also habe ich es einfach gelassen und ich war auch eigentlich damit ganz zufrieden. Danke fürs Zuschauen, nächste Woche wird es dann ein Motorrad Lifehack Video geben, wo ich euch vielleicht ein paar nützliche Tipps weitergeben kann. Vergesst nicht vorbeizuschauen und die Abo-Benachrichtigungen einzuschalten, damit wir nichts verpassen. Bis dann! Untertitelung des ZDF für funk, 2018 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020